. Hey zusammen, heute sind wir im Konzert hier in Bellica. Petter Cosser & Band. Hier hinten geht schon etwas ab. Die Soundcheck kommt gleich. Eine mega coole Location. Wir freuen uns riesig. Und vergesse ich nicht, am 6. Februar im Stadtkeller sind wir live zu tun. Ihr könnt euch das jetzt nicht vorhalten, wie schön das hier ist. Ich weiß, ich bin drauf.